Hallo, wir starten an der Bergstation der Rofan Salbern bei Maurach am Aachensee. Unser Ziel für die Skitour ist die Seekallspitze im Rofan Gebirge, aber letztendlich steuern wir aufgrund der Schneeverhältnisse die danebenliegende Grubascharte an. Wir haben für euch unsere Eindrücke dieses Mal auch aus Vogelperspektive eingefangen. In dem Sinne viel Spaß beim Zuschauen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier wartet schon der Hang, den wir nachher im tiefsten Powder abfahren werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier inEverys ZDF für funk, 2017 Hier in der Hang, den wir nachher im Professor Hier in der Hang, den wir nachher im ZDF für funk, 2017 Hier in der Hang, den wir nachher im Nachher in Deutschland Hier in der Hang! Hier in der Hang, den wir nachher im Neukölln Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.